Oh man, wir sind schon ziemlich zurückgedrängt hier bei der nächtlichen Inlandinvasion. Ah, da geht ja schon mal echt gleich gut los hier. Komm schon. Komm dich, 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 hol ich doch. Dich hab ich geholt. Da kommt gleich der nächste. Gibt's ja nicht. Was will ich denn da machen? Lloyd. Ich spawne gerade erst. Ich spawne gerade erst. Jetzt gar nicht mal so schlecht, ne, im Moment. Okay, doch. Aber ein bisschen positiv. Gut, wir waren positiv. So, da bin ich mal gespannt. In der letzten Folge war ja nicht so viel los. Da waren wir schon ziemlich zurückgedrängt. Aber jetzt sind wir gleich am Anfang oben. Mal gucken, wie das dann läuft. Naja, man muss dazu sagen, ich bin hier kein Sniper, natürlich. Dann ist das ja schon mal ganz und gar schlecht. Wobei ich als Sniper hier auch nicht so... Weil ich kann ja als Sniper im Moment auch nichts. Da müsste ich mich auch erst wieder reinfinden. Aber ich denke, ich mache jetzt erst mal den hier, zumindest auf Level 14. Und es wird noch auf jeden Fall einige Wochen, Monate, Jahre dauern. Sagen wir mal, einige schöne Folgen noch. Also... Sehr, sehr lange noch. Sagen wir es so. Wieso will der jetzt nicht... Achso, die 4 ist ja Ding. Kommt du nur hoch. Äh... Du solltest hochkommen, nicht die anderen 3 auch noch. So wird das natürlich nix, ne? Mit dem Sieg hier. Mit dem Sieg. Was geht denn mit dem? Will der jetzt auch mal... Immerhin habe ich den noch gekriegt, ey. Hey... 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 Nein... Ach, die haben uns schon so weit. Na, das ist ja super. Ne, überhaupt nicht, aber... Da war doch ein Tank, natürlich. Weg. Mal gucken, wo ist der scheiß Tank. Da ist er. 11. Komm schon, das geht besser. 50. Also. Sag ich doch. Willst du denn jetzt auch mal... Du fungst mir dann da noch zwischenei. Ich will den Tank... ...umnieten. Okay. Dann war er zu unbesetzt, natürlich. Ja, 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 ja. Ja, ja. Kommt hier nur zu... ...dritt. Mit drei Kallen. Auf einen, der angeschlagen ist... Und sich nicht mehr wehren kann. Hilflos. Wie ich, natürlich. Welcher Hund trifft mich da? Das kannst du mal schön vergessen. Dass du hier irgendwas reißt, ne? Das kannst du mal schön, schön, schön vergessen. Aua, aua, aua. Weiter zurückgedrängt. Na super, das ist ja echt... Das ist ja echt genialissimo, ey. Ja, was wollt ihr denn hier zu zweit da oben? Als Gunner. Da könnt ihr eh nichts ausrichten. Genau, kommt zu mir. Immerhin. Richtige Entscheidung. Welcher Sniper killt mich da? Ja, fast. Äh, ein HP. Äh. Warte mal, ich kann mich ja selber ver... Da hätte ich das nicht gebraucht, oder? Ich glaube, danach lasse ich es auch mal für heute jetzt aufnehmen. Genug aufgenommen seit Folge 112. Folge 112 habe ich heute als erstes aufgenommen. Und dann... Ja, komm. Halt der Rest. Ich muss hier weg. Dann sollen die ganz hinterkommen und geht... Oh, scheiße. Du bist ja einer von uns. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg... Ach, kommt doch alle her und legt mich am Arsch, ey. Das war mein Kill übrigens, nicht deiner. Du brauchst dich nicht mit fremden Federn zu schmücken, ne? Du wo das auch immer warst, ist mir doch scheißegal. Sag mal, was ist denn mit euch los hier, sag mal Top Dual Sniper? Keine Hobbys, oder was? Wobei, hab ich auch schon mal gespielt. Mit Spezialist hier und M95, glaub ich. Ob ich die Drago noch mehr mag, irgendwie, keine Ahnung, einfach so. Genau. Komm, treff mich, treff mich, treff mich. Dann weiß ich, dass die Deckung in BFH nicht funktioniert. Jaaa, genau. Was wird denn das hier, sag mal? Wo sind wir denn hier? Was ist denn mit euch? Geht's euch nix mehr ganz gut? Mal schauen, mal geht's euch zu gut. Junge, Junge, Junge. Ich will immer fürs Rennen. Ach komm. Will ich immer Umschalt drücken und das geht ja hier nicht. Dann verreck ich. Könnte aber doch noch sein, dass ich dieses Mal noch positiv werde. Welche Killhilfe und so weiter. Oder halt auch welchen solchen Kills gelegentlich. Die hier gelegentlich mal auftauchen. Jaaa. Komm. Hör mal auf. Pfff. Ja, ich soll's heute lieber lassen. Mal aufnehmen. Ihr wollt mich doch alle verarschen, sag mal. Mission, den da auf Level 14 zu bringen, wird wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Und da kommt noch die Killhilfe. Komm. Da kommt noch ein bisschen was ist doch noch drin, ey. Sag mal. So schlecht sind wir doch auch nicht. Ich meine noch ein Kill. Komm. Ein Kill brauche ich noch. Dann bin ich auf null. Wie bin ich da hochgekommen? Nein, ich bin nichts. Nein. Naja, also. Bis zum nächsten Mal. Tschau.